Es ist jetzt Anfang April und ich kann euch da schon an einer feuchten Stelle die ersten Boten vom Mädesüß zeigen. Es ist toll erkennbar an den typischen Blättern. Es hat seinen typischen für mich, und jetzt wird es lachen, Geschmack nach Zahnarzt. Ich weiß nicht, wie ein Zahnarzt schmeckt, aber für mich schmeckt Mädesüß so, wie es beim Zahnarzt riecht. Und ganz junge Mädesüßblätter. Ah, toll.